Dum 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 Inception, Inception, Inception So, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem ganz 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 kurzen kleinen Informationsvideo Und zwar, ähm, wissen ja die meisten, hoffe ich von euch, ich denke es ist zumindest, dass ich jetzt bald, ähm, platt bohren als Let's Play starten werde Ähm, ich bin schon am Aufnehmen, ich hab's schon am, ähm, am Samstag gehalten und ich glaube ich darf ja noch gar nichts drüber erzählen wegen diesem komischen Review Embargo Ähm, ich sag mal so, die, die Dark Souls geil finden, werden das Spiel auch sehr geil finden, ähm, mir macht's total Spaß auf jeden Fall, so viel darf man doch, denke ich, jetzt verraten, das dürfte ja okay sein Ähm, wird morgen dann losgehen, ähm, das Embargo endet, glaube ich, am 24.03. um 4 Uhr früh, das ist total beschissen die Zeit Also ich werde dann irgendwann im Vormittag, ähm, oder so gegen um 12, um 11, um 10, ich weiß es noch nicht, vielleicht auch 6 Uhr früh, ich hab keinen Plan Werde ich irgendwann die erste Folge raushauen zu platt bohren und je nachdem, wie das bei euch ankommt, ähm, halt wie es geliked wird, wie es Cheatback ist und so, hau ich dann mehr oder weniger Folgen raus Zusätzlich würde ich dann gerne auch morgen am Dienstag, äh, einen Livestream zu platt bohren machen, ne, wo ich dann, guck mal, ich bin grad schon am Aufnehmen, das ist so viel, darf ich mal zeigen, oder? Wieso hab ich jetzt ein schwarzes Bild? Man sieht das Preview nur auf dem rechten Bildschirm Na gut, dann kann ich, Moment, probier's nochmal, dass man das da bleibt Doch hier, guck mal, ne, es ist ein Menü, so, uh, liegt Ne, ähm, also nochmal in Ruhe Also morgen hab ich dann geplant, wahrscheinlich einen Livestream zu platt bohren zu machen, wo ich dann einen zweiten Charakter nochmal spielen würde Also wieder parallel zum Let's Play noch einen zweiten Charakter, ne Und, ähm, ich bin noch überlegen, wie die Uhrzeit ist, wahrscheinlich so gegen 15 Uhr ungefähr, muss ich mal gucken, wird das Stream dann losgehen morgen Also die, die Bock haben, platt bohren und ein bisschen mehr gleich sehen wollen, können dann auch auf meinen Twitch-Channel gehen Link ist wieder in der Videobeschreibung, wann's genau losgeht Ob jetzt 15 Uhr, 16 Uhr, 14 Uhr oder so, das muss ich mir auch noch, weiß ich jetzt noch nicht so genau Ähm, ich geb dann nochmal, ähm, Infovideo hau ich nochmal raus davor Also ich werd morgen nochmal Bescheid geben, dass ihr Bescheid wisst, ähm, dass da, dass ich da auf jeden Fall was geplant habe, auch auf Twitch, ne So, und dann ganz kurz, ja, wollte ich euch nochmal ganz schnell zeigen Es sind jetzt die ersten, äh, Bestellungen rausgegangen, was mein Merchandising, T-Shirts und so weiter angeht Und ich hab heute mal, ähm, von GetShirts noch zwei Fotos bekommen, die kann ich euch mal ganz schnell zeigen Ähm, also die sind von GetShirts, ne, von, von Lieferprozess Und, ja, ne, wollte ich euch mal ganz kurz zeigen hier Also ich hatte euch ja drauf hingewiesen, dass auf Schwarzen, das ist ja nur bei Schwarzen T-Shirts so, dass das, äh, dass das so eine weiße Umrandung ist Jetzt sieht man das auch nochmal ziemlich genau, dass die da einfach das Schwarz nicht auf Schwarz drucken Ne, wodurch das aber dann noch besser aussieht eigentlich Und ich muss sagen, äh, ich hätte mir das mit den weißen Rändern, ähm, schlimmer vorgestellt Ich finde, dass es sogar ganz cool aussieht, ne, und wie gesagt, das ist ja nur bei den schwarzen Untergrund so Ansonsten habt ihr den weißen Rand nicht, also wenn ihr irgendwie auf Grau holt oder so Ähm, wollte ich also auch nochmal drauf hinweisen, gab ja auch ein paar Leute, die trotz meines Infovideos dann noch nachgefragt hatten, wann das losgeht mit dem Online-Shop Beziehungsweise mit dem T-Shirt-Shop und so Ähm, hau ich euch auch nochmal den Link rein, für die, die irgendwie, ähm, weiß ich nicht, auch nochmal vorbeigucken wollen oder so Und so sieht das dann qualitativ aus, also ich finde, das sehr, sehr nice, muss ich sagen Ich finde das sehr, sehr nice Hier sieht man auch nochmal eine Tasse, ne Und es ist sogar größer jetzt drauf abgedruckt, das Motiv, als ich, ähm, als auf dem P-View-Bild, also ich finde das sehr, sehr cool, so Und dann wollte ich nochmal drauf hinweisen Und, ähm, ja, wie gesagt, morgen geht's dann los mit Blattbohren, ne Ich würde schon, hätte schon gerne eher gestartet, aber es geht leider nicht wegen dem Video-Embargo Also, wünsche euch einen wunderschönen Abend Und, ähm, ja, wir sehen uns dann morgen bei Blattbohren oder bei Skylines oder bei GTA Das sind ja dann doch coole, coole Zeigrate, coole Projekte Macht richtig Spaß momentan, Leute, das ist geil Also, äh, bis zum nächsten Mal, dann macht's gut, tschüssi Ähm, Inception, Inception Wunderschönen Wunderschönen